Und damit ein absolut geiles Hallo an alle Petscher bei draussen, der Upsor ist hier, genauso eine kleine Runde, Pro Force! Mit dem Scrubby zusammen! Mit Scrubby mir! Scrubby! Scrubro, Alter! Äh, Leute, zum einen tut mir leid, das es so lange gedauert hat, bis es eigentlich mal wieder weiter geht. Man hat schon wieder gedacht, super, dass das eine Folge rauskommt, dann passiert nicht mehr. Yo, du kannst fliegen! Das ist ja mega. Das liegt aber an mir, hat an mir gelegen, weil ich krank war, wie er auch in den Streams gesehen hat, die er wahrscheinlich nicht auf diesem Channel gesehen hat. Und zwar, ähm, ändert sich jetzt ein bisschen was. Das muss ich vorher nochmal rauslassen. Das ist jetzt ein bisschen blöd, aber es ändert sich ein bisschen was. Und zwar, ähm, weiß man ja an sich, boah, die Leute, es ist schwieriger zu sagen, was man sonst weiß, weil, naja, ich habe ja den Absolution-YouTube-Kanal und Absolution-Twitch-Channel. So, und wenn man auf YouTube streamt, lädt er automatisch die Streams als Videos hoch. Da ich aber die ganze Zeit mit beiden gleichzeitig streamen will, bedeutet das, dass haufenweise Videos hochgeladen werden jetzt auf Absolution, und zwar Streams. Bedeutet, dass viele andere Videos ziemlich krass untergehen werden auf diesem Kanal. Das heißt, man hat keinen Bock, sich durchzuforsten, und, äh, warum haben jetzt die Spiele, und bla bla bla, hast du nicht gesehen? Daher bin ich wieder auf Small Feather Games unterwegs. Dort werden jetzt wieder die Let's Plays hochgeladen, und Videos, die ich schnibbel, und hast du nicht gesehen. Die werden alle auf Small Feather Game hochgeladen, äh, und gestreamt wird weiter mit Absolution. Das bedeutet, wenn ihr jetzt hier auf Small Feather Game seid, wo das Video jetzt hochgeladen wird, und wollt die erste Folge sehen, müsstet ihr noch mal zu Absolution gehen, und dort die erste Folge gucken. mit der ich jetzt, äh, ich und Scrubbing kreuz und quer durch Deutschland gefahren sind. Und, äh, ein, 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 ich nenne es mal, den Heiligen Grail der Gamer-Branche betreten haben. Möchte ich eigentlich noch gar nicht zu viel verraten, wo wir eigentlich drinnen waren, aber ich freue mich, dass das auch, ähm, das wird also demnächst hochgeladen, das wird wahrscheinlich dann hochgeladen, wenn so die Feiertage drin sind, wo mal so ein bisschen mehr Freizeit inzwischen ist und sowas, dann werde ich diese Videos, ähm, bearbeiten, dieses Hauptgrosse, ähm, Hauptvideo. Und sonst werde ich jetzt noch ein paar EMVs halt schnibbeln, und hier werden halt Let's Plays hochgeladen. Bedeutet aber nicht, dass ich jetzt hier solche Mammut-Let's Plays hochgeladen, wie zum Beispiel, ähm, Viva Piñata. Das sowas wird hier nicht nochmal hochgeladen. Hier kommen jetzt solche kleinen Indie-Games, wie zum Beispiel Broforce, ähm, und, äh, und, äh, Insight zum Beispiel noch dabei, und Pipapo Sea of Solitude und sowas wäre eigentlich auch ein Kandidat gewesen, der jetzt hier auf diesem, aber der ist jetzt halt noch auf Absolution, ist auch im Ordnung, jetzt nicht die Videos switchen und sowas. Ja, ihr seid auf dem neuesten Stand. Ich habe, ich finde, das ist sinnvoller, das ist ein bisschen zu trennen, aber ich heiße dann auch jetzt hier nicht weiter in Skyline auf Small Feather Game, sondern ich bin jetzt auf der Absolution. Sonst, äh, wird es einfach irgendwie ein bisschen komplizierter. Okay, gut. Gut, ich habe fertig erklärt. Ähm, die ersten 15 Minuten mit Labern, nur nicht mal, das sind 15 Minuten jetzt gewesen, nicht mit Labern treffen, aber... Oh, ich würde sagen, wir checken jetzt ein bisschen weiter. Oh ja. Du hast den Steuertel benannt. Ach, du kannst nicht fliegen? Nee. Oh, ich weiß nicht. Okay, äh, wo waren wir? Wir waren in der Stadt. Mann, hier beim K. Oder müssen wir hier oben noch? Ich glaube, wir müssen sehen. Das ist ein Geheim-Einsatz. Ein einzelner Bro birgt die Vorräte, die in Fallschirchen geraten sind. Oh, protest. Oh yeah. Ich finde das so faszinierend, äh, echt angenehm, dass man jetzt, äh, also dass ich mit meinen Team Controller spielen kann, weil, ich hab den ja vorher gehabt, aber keine Batterien gefunden, heißt du? Das hat man so Batterien reingemacht und, ähm, ja, mal gucken, wie zu spielen das. Also, bis jetzt, ähm, lässt es sich sehr angenehm spielen. Oh ja, tatsächlich. Oh, es lässt sich sehr angenehm spielen. Okay, gut, da wird ich wahrscheinlich die Mega-Attacken. Ah ja. Ähm. Hallo? Ja, du kannst dich nicht bewegen, oder? Ich kann mich nicht bewegen. Ja, es kann ich nicht bewegen. Okay. Okay. Also, ich kann euch sagen, ähm, liebe Zuschauer. Munition. Leute, warum kann man Munition sammeln? Ich hab ein Haberdentisch, oder? Alter, wie viele Granaten hab ich? Ich hab auch verstanden. Kann ich eigentlich mal einen Granaten werfen, doch? Ne, Mann, das ist... Ah. Voll Munition. Oh, wo die? Ich weiß nicht, wie ich mal einen Granaten werfen kann. Irgendwie... Also, für die, die sich noch an die erste Folge erinnern können, ähm, da hab ich mal das Problem gehabt, da ich ja mit Tastatur gespielt hab, hab ich aus Versehen, ähm, mehrere Spieler ausgewählt, weil man kann das Spiel jetzt so viel, äh, zu viel Gleisheit spielen. Gewuss! Man kann das Spiel, äh, mit mehreren Leuten an einer Tastatur spielen, heißt, ähm, jeder hat sein eigenes Tastenfeld. Das war nur früher so, ne? Gibt's heutzutage einfach... NEIN, BRO! Äh, das gibt's heutzutage einfach nicht mehr, ne? Das ist... Alle an einer Konsole irgendwie am Zocken sind, ey. Ja, sag nur N64 hier, Mario Kart, ne? Wo alle mit so... Hör mal auf, das Eis kaputt zu beinern, du kommst nirgendwo hin, ne? Diesen Fehler hast du damals schon die ganze Zeit gemacht. Nein, ich schaff das. Ich bin... Kurva, Bliet, ey! Du hast mir nicht zuhlen! Ah, ah, scheiße! Du bist so nid, ey. Shit. Okay. Er ist ein einzig, glaubt, das war ne Figur? BRUVORS! 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 Ich geh nicht weiter. Ich muss mich umbringen. Mission failed! Mission failed! Okay, jetzt hör auf, alles abzuschießen. Entschuldigung, das liegt mir so im Blut. Springe einfach rüber! Ich hab Angst. BRUVORS! BRUVORS! Ich fahr jetzt mal was in Wien sind, ey. Ich merk's, alter. Wo ist nur meine Konzentration hin? Es tut mir so rein. Ich möcht' gern Robocop spielen. Ja, das find ich bis jetzt noch mal der geilste, irgendwie. Der Robocop, oder Robocop. Robocop. Nach unten. Ich glaub, wir müssen runter. Super Idee! Lass uns nach unten, hat er gesagt. Da müssen wir hin, hat er gesagt. Wir müssen uns eigentlich an die Wand festhalten, das hört sich jetzt grad gar nicht. Ich glaub, doch, tatsächlich. Warte mal. Scheiße. Warte mal, ich hab gedacht, das war so funktioniert. So n' Dreck. Ich hab gedacht, der andere reicht. Das war's. MÜFFENFÜLL! Keine Sorge, keine Sorge, Skrofi hat nen Plan. Ich glaub, wir hatten guten Plan. Warte mal. Absolut, auch nen Plan. Ich hab keine Granaten. Ich kann nicht nach unten schießen, scheiße. Alter, ich hab... Ich hab... Ich hab Plan. Ähm... Plan! Ja. Ah. Plan war nicht das, was ich wollte. Plan war das kaputt, Mann. Plan hat geklappt! Plan hat geklappt! Bluffos! Ja. Ah, das sind so... Bluffos! Geil! Geil, 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 geil! Oh. Bist du toll? Ich hab' ich betont. Bluffos! 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 Save me! Please, save... Bluffos! Oh, shit! Ey, geil! Ich hab' so... Weck! Hä? Lol, warum explodiert alles außer ich? Oh, ich hab' ihn getötet. Ähm. Das wird ja immer schwieriger! Hallo! Nein! Du hast einen Bro getötet. Wie konntest du... Du hast gegen den größten Bro-Code verbohren ever. Nein! Das wird ja mal schlimmer! Nein! Die darfst ja auch nicht kaputt machen, ok? Also, wenn da Steine drüber sind. Ist der jetzt gestorben an der Granatohunde, dass die explodiert ist? Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ich bin auch komplett kaputt. Go forst. Oh. Das war auch gut gewesen. Der Buddy lebt noch. BAM! Auf den Kopf drauf. Go forst. Da kannst du auch machen, der kriegt dich eh nicht. Er ist gestorben, weil ich ihn mit der Granate abgeworfen habe. Ach, der ist doch damit. Go forst. Oh shit, was bist du denn? Hä? Mach mal nicht diesen. Terrorists. Wo mein biggest ever. Oh shit! Boah, Gott sei Dank. Kommen wir da drauf. Oh shit! Oh, wir sind zu dumm ey. Warte mal, ich hab ne Idee. Pass auf. Du kannst mich einfach. Warte, warte, warte. Mach mal nix. Pass auf. Du kannst mich einfach. Warte, warte, warte. Mach mal nix. Pass auf. Du kannst mich einfach ducken. Warte. Warte. Wie kann man die Granate erst machen? Du hast keine Granaten. Oh. Okay, das sagt halt einiges. Bro forst! Bro! Und forst! Vor allem! Bruder, da ist die Granaten. Hol sie dir. Aha. Oh, der war gut! Oh, der war gut! Boah! Triple kill! Ja, meiste ey. Lass das mal richtig bro-like. Nein, weg da, weg da, weg da! What? Ups. Oh shit. Übersaal! Toni irgendwie... Ich komm zurück. Ja, passt gut. Nice! Das war gut gewesen. Das kamня glaub ich mit da oben hin, ne. Rumbro rettetit. Kannste, kannst du dich da hoch range? Äh, da oben hat auch glaub ich keiner mehr. Oder? No, da oben ist noch a ne Kiste gewesen. NACH, habe ich schon kaputt gemacht. Weil wir einfach zu kras für Bros sind. aber scrubby hat ne andere idee ich meine erstmal retten ich retten hier warum kriegen wir eigentlich einen anderen jetzt irgendwie ich hab keine ahnung du kannst auch die dinge nach unten schleudern ja das ist gut ich hab's oh warte warte zack das war Brolike Brolike ich bin tot ich hol dich wieder nice alles gut ja stimmt die Runde werden ja größer wenn sie irgendwie ähm ich frage mich eigentlich gibt's hier oben ich glaub's hier oben gibt's irgendetwas vielleicht das ist mir die Frage aber da oben kam ja nicht weiter NEIN Bro wuah Ammoquill Unlocked Jetzt kann ich fliegen. Dies ist ein Geheim einsatz. Ein einzelner Brau nutzt sein Geschick, überwindet die feindliche Verteidigung und eliminiert ihren Anführer. Was ist das? Let's do it! Let's do it! Do it! Do it! Do it! Let's do the dead dead dead! Guck mal, da sind noch... Ah, okay, geil! Ah, Bro Willis! Und... Chuck Browes? Chuck Browes, ja! Ich weiß nicht mehr wie die ist! Woah! Was war das? Du hast einfach ne scheiß Bohrmaschine dabei! Das ist eine richtig geile Bohrmaschine, ey! Find's so schade, dass die Bohrmaschine so short ist! Oh, warte mal! Hm, schade! Ich weiß, wir müssen halt irgendwo hin, ne? Aber ich checke halt wieder nicht wohin! Schau, wir haben schon verkackt! Vielleicht brauchen wir da oben den Anschluss, also den Anlauf vom Hügel, eventuell! Ja! Bleh! Ich dachte, wir facken aus, kann ich sterben! Mach's nicht wieder kaputt! Okay, gut! Das ist irgendwie auch nicht, Helmer! Jaaaaaa! Nee! Hey! Moment, Moment! Ich hatte nen tollen Flammenserver! Hoppelsamm! Ah! Hier oben! Ah! Von hier oben drauf! Ja! Ja, von da hab ich doch gesprungen! Ja! So! Was steht, wenn du da unten stehst? Warte mal, zum Springen? Zum Sprinten! Doppeltippen! Ah! Also, zweimal schnell in die eine Richtung! Genau! Achzoo! Das ist glatter, glatterniges! Ist das die Wagen von hier unten oder von oben? Ich glaube von hier oben! Geronimo! Oh, hier hab's geschafft! Oh! 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 Bro, wir haben ein Problem! Oh! Kiss dich, Bro! Das geht nur mit Anlauf! Oh! Oh! Anlauf! Oh! Aber das meinte ich nicht! Komm, du mach, Bro! Oh! Oh! Ja, geil, Bro! Das Problem ist nur, Bro! Die haben da oben... Die haben da was! Okay, Bro! Wie kommen wir denn, Bro? Wir haben die Idee, Bro! Bro, das geht nicht! Die Idee ist nicht gut, Bro! Oh mein, Bro! Wir brauchen mehr Anlauf, Bro! Oder so, Bro! 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 Amerikanische Fraggle, Bro! Ich fühl mich vielfass daheim! For freedom! And Cable TV! And Chick McNuggets! And Chick McNuggets! Because I'm black! And this is racist! So! So! Ich glaub, das mussten wir... Mussten wir das jetzt schießen? Oder müssen wir von da oben And aufnehmen und drüber? Ich glaub, And auf wahrscheinlich, he? Probier'n wir's mal damit! Woi, yo! Einfach mal so richtig... Ja! Der ist richtig vollathletisch hier! Es geht hier mit Rambro ab! Oh ja! Oh! Oh! Ich bin aufm Weg! Oh! Das fug, Alter! Oh, Bro! 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 Du hast deinen Bro getötet! Bro! Bro! Bleh! Okay! Das ist auch nicht kaputt, man! Bro! 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 Bleh! 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 Ich bin tot! Oh, gut! Chuck Norris! Eigentlich müsste das Ding ja auch nicht prudieren wenn du da am Messer rein stehst, ne! Aber gut, MacGether hat ja Kogummi! Bro, Moskid unten ab. Ich glaube, er ist tot, Bro. Aber, oh, Bro, ich habe ein Problem. Scheiße. Verreckt. Granaten sind nicht gut. Bro-tastisch. Du musst aufpassen, was du da kaputt machst. Bro, 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 Bro. Das darf nicht unabut, Mann. Das darf nicht kaputt gehen. Oh, like a ninja, Bro. Oh, frisch Bro, like. Bro, 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 Bro. Oh, Bro, Bro. Oh, Bro, ich bin wieder da. Hi, Bro. Hi, Bro. Shit. Bro, 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 Bro. Stopp. Ach, nee, da ist ja keiner drin. Vergiss, was ich gesagt habe. Bro. Bro, run auf. Scheiße, Double-Spring-Tacke. One more time. Oh, shit. Oh, shit, das war knapp. Ich glaube... Nein, ich habe keinen... Ich bin so dumm. Ich habe keinen Sprint gemacht. Ich habe einen Sprint gemacht. Das glaube ich zumindest. Nein. Ich weiß es. Wow. Jetzt geht es richtig ab hier, Alter. Okay, drauf geschissen. Wow, wow. Wow. Warte, ich habe eine Idee, Bro. Bro. Das war ein Slide-Jump von der Kletterhaus. Oh, fuck. Hat der super gute Kampff bei mir. You can't do it. Das musst du... Achtung, du musst, wenn du hier drauf bist, genau, gedrückt halten. Genau, und dann einfach durchlaufen. Like so, pass auf. So, zack. Scheiße. Warte mal. Ich glaube, das wird wahrscheinlich schon ein Dolchlauf gemacht werden müssen. Yo, Bro. Das ging da weiter. Das ist ein Scheiß. Bro. 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 Hey, Bro. Bro. Bro, ich glaube, wir müssen runter. Nein, wir müssen hier lang. Hier ist der Devil. Er ist tatsächlich hier. Ach, f*** ich. Stimmt, Teufel. Auf Wiedersehen, Bro. Ich will Bro-Kopf mit. Jawoll. Jawoll, wer bist du denn? Ist das alles Conan darstellen? Vietnamese, Alter. Ehre. Conan, der war Bro. Bro for Susan. War mir jetzt nicht irgendwo... Woran hat Kenk irgendwo weitermachen müssen? So kann ich an den anderen Kontrollen hier? Doch, anscheinend. Die Nummer 5 müssen wir, glaube ich, machen. Das sind wahrscheinlich Missionsabschritte, denke ich mal. Keine Zeit für Erklärung. Bro for us, ihr wisst, was zu tun ist. Ja, aber was denn? Terrorists. Wins. Das erklärt man alles. Der Wins. Oha. Bruder muss groß. Schwester muss groß, er wohl. Boah, iiii, Alter. Das ist ja widerlich, ey. Ich bin Ashy Slashy. Oh, ich, ähm. Achso. Ich schicke mal ein Zweck einmal, das ist einfach zu geil. Oh. Ich habe ihn die Granate in die Presse geworfen, Alter. Die amerikanische Flagge ist immer safe. Das ist das Gesetz. Wohl. Hä? Komm, ich schicke noch das nicht. Das ist wirklich eine sinnvolle Scheiße. Ja, okay. Bis morgen. Leute, du bist ein Doppeltyp. Hallo. Bring dich. Du bist ein Doppeltyp. Warum bin ich ein Doppeltyp? Ich weiß nicht, wer bist du denn? Ich bin der Vordere. Aber, Moment. Du bist beide, Eier. Ich weiß nur, jetzt. Bist du Solid Snake oder war es einer? Warum bin ich jetzt drei? Das war ein Special Attack oder war es. Ja, jetzt bist du drei, Eier. Yo. Scheiße, das geht los. Jetzt bin ich wieder einer. Ich weiß nicht aus welchen, sondern das hier, die, ähm, von... Super gemacht. Ich musste mich schon... Na, scheiße, ich habe mich schon durchkämpfen sollen. Kann es sein, dass die vielleicht von, ähm, von Dusk Till Down irgendwie, die Geckos? Zef Gecko und, ähm, ja, verdammt, wie hieß der andere Nummer? Zef Gecko? Also, gespielt von, ähm, Quentin Tarantino und, ähm, ähm, äh, warte, es kommt gar nicht auf den Namen. Das ist super, dass du dich auch mal weiter bewegst. Großes Kino. Was steht denn mit dir gerade nicht? War ich gerade noch am Leben gewesen? Ich habe dich wiedergeholt. Ja, hab ich gesehen. Boondog Bros. Boondog Bros. Wir sind Brüder. Na von den Schauspielern? Ähm. Hier sind wir drei. Nein, ich bin... Wow, easy Wurf, alter. Oh, oh. Oh. Ich bin nicht Robocop. Achso. Ähm. Oh, ich bin direkt reingejumped, ey. Tu mich auch. Hä, wer ist denn die beiden Lolli? Oh, shit. Oh, shit. Ich sollte nicht nach vorne rennen und dann dauernd schießen. Like a bro. Like a bro, alter. Ich hole dich jetzt wieder. Okay. Ich bin bereit. Da bist du. Na. Na, okay gut, er geht auch hier. Der Predator. Brauchst, Granaten. Du bist schon wieder tot, warum bist du denn tot? Ich habe mich irgendwie umgebracht mit meinen eigenen Raketen. Oh, Mann, warum kriegst du denn als Neo? Neo ist so, Neo ist zwar cool, aber er ist scheiße. Nee, das ist auch cool, aber er ist scheiße. Ja, aber er ist zwar cool. Ja, aber was ist jetzt passiert hier? Ja, das war cool. Oh, hey, das ist echt gut. Oh, hey, das ist echt gut. Ist das mal dunstig. Ich bin wieder gestorben hier. Was ist hier los? Was ist hier los, Alter? Ich hab irgendwas aktiviert, wo bist du denn? Komm jetzt mal her, Alter! Ehre! Ich bin tot! Aber du hast ein super Schwert! Komm zurück! Halt! Hör mich! Hör mich! Hör mich! Hör mich! Okay! Ich bin jetzt zwei Leute! Bra-bra-bra-bra-bra-bra! Jetzt bin ich drei Leute! Ich renn ruhig! Ist mir scheiße jetzt nicht Robo-Kopf! Warum bin ich Robo-Kopf? Ich bin Robo-Pro! Okay! Wieso bin ich jetzt Bruce Wayne? Bruce Wayne! Ach ficken, Alter! Hä, warum war ich denn jetzt? Ja, wie verwirrend! Du hast noch lebenswürdig gehabt! Aber ich war doch diese Doppeltypen! Ähm, wo bin ich? Ja, ich geh ins Underworld! Jawoll, Alter! Ehre! Okay, Bro! Okay! Das ist ein Fall für mich, Bro! Ich geh in den anderen, Bro! Ich geh in den anderen, Bro! Ich geh in den anderen, Bro! Ja, Herr, ehre! Vorsicht! Ich schieb doch nicht zu viel ab! Da oben ist es Zeit... Satan! Okay! Jetzt ganz ruhig! Okay, easy! Stopp, Bro! Kann ich weiter? Oh ja! Ich schieb doch mal drauf! Ich geh schon rein! Oh, ich weiß mir noch fehlt! Bro Slee! Bro Slee, jawoll, Alter! Das ist Menschen denn schon! Jetzt haben wir Bro Slee, Alter! Scheißeievre an damit, dann kann ich überhaupt nicht spielen gehen. Ah, die Chicken Bomb, Shit! jammer Nein! Das wegen den Tüfen den geschlagen haben? wer war das denn, Neo oder was? Das war Neo Neo ist, wie gesagt, Neo ist cool, aber voll scheiße, ey, zufrieden Ach, der schießt gut Vorsicht, du machst du Oh, ich liebe die Vollschutz Du hättest noch mitnehmen können, du Eumel Bin ich hier, steig ein Äh, warte Ah Warte, warte, warte Nein, nein Oh shit, oh shit, oh shit Easy, 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 bleib easy Alter, hör mal auf, eins verputzen, man, du kommst nicht hoch Eieiei Wenn die einmal loslegst, kann ich den immer aufhalten Haha, that's what she said Hahaha Hast du das gesehen? Ich kann irgendwie Blitzdingen sehen Ups Oh shit LOL Bist du Broad? Ich bin Broad Vorsicht, da geht vier Sachen kaputt Hinter jener Broad Ähm, Broad Bro Bro Du bist dumm Ich hab alles under control, Bro Oh shit Oh, das lieb ich total, das ist lustig hier, warte Äh, wie kannst du das aktivieren? Ah, hehehe Und tschüss Alter, Broad ist die beste, was du bist, Bro Ich find das so witzig, einfach diesen Ding Ich pack dich aus, Bro Ich glaube, er ist Broad Komm, 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 komm Ah, wie gefährlich das, he? Nein! Nein! Rest in Peace Nein! Schmoll du! Okay, wir müssen Back to the underground Back in the game LOL Ja, geil! Ist ja geil Ey, warum krieg ich mal die vielen Typen hier zuerst? Schwier'n ey Ja, weil du mal derjenige bist, wenn die neun frei gespielt sind, ist der erste Stift Okay, er hat einfach eiskalt Wurfmesser Endbogen Yo! Ja! Boah! Ach, Ete! Bro Ete! Der ist übermorgen Kann man das machen Alright Ich kümmere mich jetzt irgendwie Du was Der ist übermorgen Ich bin tot Bro Drei, 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 Drei Drei, Drei Drei, 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 Drei Nein, was ist passiert? Du hast so toll, wann bin ich runtergefallen? Warum bin ich aus der Maschine rausgegangen? Ja, ja, mein Liebling. Er ist so geil. Ich liebe ihn voll. Aufgeladen, warte, warte. Der Plaster. Oh, schade. Wann? Ich bin so geil. Nice. Richtig gerade aufgeladen. Oh lol, Alter. Direkt reingejumped, ey. Bro, wir wollten ja... Hau die Maschine zu. Ich will rein, Bro. Nice, nice. Hallo. Achso, draufstehen. Ah, okay, gut. Makes sense. It's active, Bro. Nein, du musst ausstehen, Bro. Ja. Äh. Hä? Was ist jetzt los? Hä? What the fuck? Hä? Was ist das denn? Hallo? Und dann kann ich keinen Attack dienen? Ich, ähm... Das... Also das, das hab ich noch nie gesehen. Ich kann die Schneeflocken bewegen. Wenn ich nach links oder rechts lauf. Aber... Ich glaub, wir müssen Level neu starten. Ich glaub, wir müssen Level neu starten. Neu neu. Out of nowhere erstmal Fehler, Alter. Der Teufel ist so geil. Oh shit! Bro, wir sind voll schlecht ey. So scheiß bro. Was kommt denn besser? Mit Kaugubi! Ne, Bro, will ich... Pompompompompompomp BRO SHELLY BOMB TO BE RIGHT BRO BRO SHELLY als ob sie gaben ob die Wettbewerb года von der Spannung bei diesem Wissen die die Luftheit und Ordnung Das wird passieren. Schauen wir gleich. Nachte Zeit. Guck mal, Bababi, ich runter springe. Whee! Du hast ja broken. Warte, das ist da oben. Das sind ganz viele Explosions. Nein! Oh, das war knapp, Alter. Hä? Da, wo die schönen Bums machen, die alles. Oh! Einer kommt, einer. Ich glaube, die Maschine ist so kaputt, kann es sein. Scheiße! Was war denn das, ey? Das kann so gut sein, ja? Vor allem, der hat noch ein Leben. Und ach, man hat doch jetzt vorne. Nein, du musst, ich weiß nicht, wie er steuert. Du kannst ihn nur davon. Ich habe gesagt, der hat noch so wenig Leben. Oh, so voll. Hä? Ich habe gesagt, er hat nicht mehr viel Leben. So, schalte ich mal ein, ne? Ich dachte, du redest von einem, so ein Typ wie der Minigun, so eine Dörferin. War mit schon wieder tot. Weil du da oben die ganze Zeit rumhampelst, werden die fetten Granaten auf einen zufliegen. Und es halt nur Bum macht. Ich bin tot. Die brauchen auf jeden Fall dieses Maschinen-Team, ey. Weil die ganze Zeit die Explosionsdinger kommen, die müssen wir so kaputt machen. Ja. Ja, ich habe es gerade gesehen. Nein! Ich habe die Scheiße aufgenommen. Ich habe die gar nicht gesehen, ey. Du bist ein Kack-Buhn, Alter. 3, 2, 1. Go, go, go. So eindringend. Ey, komm, ich sag, frun, Mann, du hast wenigstens, bitte ein Schwachverleger. Nein, den hab ich ja noch. Ja. Ja, jetzt hoppiger Loppy jetzt, ey. Alter, wie schlecht, ey. Ich bin so kackt. Warum sind wir so scheiße? Das kann doch nicht wahr sein, ey. Ich gehe auch raus, bro. Okay, lass uns jetzt mal nicht dumm sein, okay? Alright. Das würde nicht dumm sein. Mit der Pfeilchiff, wo wir rausgehen. Du geil, mit der Pfeilchiff. Gut, dann kannst du jetzt so verprüfen. Warte. Warte, warte, warte. Hör du den. Komm, komm. Gleich da. Oh yeah. Ich hab ihn in den Kopf weggeballert. Alter, war boom. Start the muscle, alles was mit muscle gehört. Nein, ich bin jetzt rausgestiegen. Jetzt weiter haben wir nicht mehr den kalten Fehler. Jetzt warte ich. Gut. Hier kommt wirklich sehr viele. Ich glaube, ich werde in den Underground erstmal gehen. Ich glaube, ich werde vielleicht ein bisschen sicherer. Oh, scheiße. Ah, da ist noch einer. Ich weiß nicht gerade nicht, was passiert hier. Ich bin voll verwirrt. Das ist jetzt mal eine Witze. Shit. Oh yeah. Hi, bro. Hi, bro. Bro, ich bin wirklich hart verwirrt. Alter, ich bin wirklich hart verwirrt jetzt, ey. Oh, bro, wir müssen weiter. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Okay. Wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Also, gleich. Hoffe ich. Okay, also, oberböse Boss, okay. Bro. Ich komme, ich komme. Bro. Hallo. Bro. So. Rodgers. Los Facts. Richtiges Arschloch, ey. Scheiße. Mann. Vor allem, der Helikopter wartet auch so nicht, ne? Ja, warte, nicht zu zweit. Nein, nein, nein. Bin alleine gewesen. Scheiße, ich bin da noch voll rein, ey. Ist es doch bestimmt hier? Ja. Ah. Bro, bro, cop. Bro, bro, cop. Ich surf' noch ein bisschen. Tschüss. Oh, shit. Ist ja was. Der Rambo. Ich bin dumm. Es gibt eine Sache, die finde ich ein Spiel schade. Nö. Hat sie jetzt früh von, ähm, wenn die das so gemacht hätten, wie bei Contra, dass du dein Freund irgendwie nebenklauen könntest. Noklauen, das ist natürlich. Das ist gut, denn. Ey, was passiert hier? Das würde ich selber gerne mal wissen. Bisschen strange hier. Äh. Ich springe auf, bro. Oh, oder so. Nein, ich springe auch direkt rein. Weil dummer Mensch dumme Sachen macht. Wow, der hat sich niemand mehr gebrochen eigentlich. Schade, wir waren gerade so... Ja. Nein! Ach, mein, jetzt hatte ich gerade die Chance gehabt, den Terminator zu kriegen hier. Den Vagilator. Scheiße, ey. Ich dachte, wir rushen jetzt mal so ein bisschen. Ja. Und so. Und so. Oh, shit. Geht auch rein. Oh, shit. Ich spiele noch mehr mit der Raunters. Genau. hast du bei deinem eigenen dynamit stirbst du nicht aber ich habe festgestellt ja ich hab doch gewusst es gibt bestimmt irgendwie so eine kalender barbar referenz ja okay gut danke das ist für dich ich bin richtig begeistert ich bin richtig begeistert ey warum ist das fucking schwer ne ist einfach so alter mir kommt niemand durch die erste start sequenz hier schnell rein bro steh da rein ich bin da runter boah das ist explodiert ey das level ist so keine ahnung es fühlt sich ein bisschen an wie so äh ich komm halt nicht da rein von einem 6 jährigen kind zu untertasten made minecraft mit u2 tnt oder sowas auch n krieg ich mit n scheiß nö jetzt reicht es mir hier schwitziger neder mann sag mal weint deiner oder schwitzt deiner ich hab keine ahnung ich hab keine ahnung aber ich bin jetzt hier um die demokratie zu holen aber ich hab jetzt nicht mehr ich hab jetzt nicht mehr ich bin direkt weg damit ich bin hörend Muratstrader bürmer oh shit Wieso kriege ich die Schüsse ab dann? Vorsicht! Okay, ruhig, 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 ruhig Boah, ich dachte schon gerade... Nein, du sollst einsteigen, du sollst einsteigen, hallo Hallo Da oben machst du Hunger, ne? Oh, das macht bumm, das macht immer noch bumm Okay, jetzt Brobarian Brobarian, Alter, ich weh das nicht mehr Keine Sorge, ich hatte uns ein bisschen Safety unten Oh shit Oh, lol Genau im richtigen Moment Oh, Alter Ach, das sind Steroline, was wir geschluckt haben, ah fuck Ich mein Vitamine Wir müssen ja nicht alles densieren Oh Gott Ich hab Angst, Bro Ich glaube, bist du, ich hab Angst Acht auf deine innere Ruhe, Bro Weil ich bin schwarz und die sterben immer als erstes, Bro Keine Sorge, siehst du unten diese drei Symbole? Das sind Zäpfchen, die hab ich dir in deinen Anus implantiert What the Schöner Schädel-Style Ähm, Bro Oh Jetzt hör auf zu schießen, hör auf zu schießen, hör auf irgendwas zu machen Du machst uns nicht ganz umgeben, kapuuut Aaaaaaah Pfff, okay 3, 2, 1 Go Keine Sorge, ich find redig über das, ey Mach mal ne Und der Indie macht Indie macht schon, keine Sorge Wenn nicht Indie, wär dann nicht Ich knaschle dich Aaaaaaah Aaaaaaah Alles weh rein Aaaaaaah Nicht auf die Scheiße davon kaputt geht, alter Aaaaaaah 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 Schmeiß ne Granaten, ne Ich hab keine Granaten, der hat ne Revolver nur Aber, Indie hat nen Plan Das funktioniert nicht Hä, kann ich spitzacken? Was ist denn jetzt los? Ich hab keine Ahnung Ich kann mich ne Rundenhacken Cool ist das denn, okay Das ist gut zu wissen Der Terraria Genau Terraria, schon ist was besser Ich hab keine Sorge Ich hab keine Sorge Okay, okay Jetzt was riesiges Ja, boah Ja, ja Okay, du bist jetzt hier Ich kann ne Pfeile reinbauen Ich hab eine gute Idee Nur die Plattform überminen Die müssen äh Stehen halt, ne? Okay Ich hab ne Idee Ich mach nen Untergrund graben Auf der Hoffnung darauf, dass der da reinfällt Ich lenk ihn ab, Bro Oh, ich bin tot, Bro Oh, ich bin tot, Bro So, ich hab dich So, ich hab dich Das noch ein, Bro Aber den Tank müssen wir äh Ich hab, ich hab Also, scurry up nen Plan auf jeden Fall Mit dem Flash one hit'n können Ja One for the team, Bro One for the team Ich hab ja gesagt, in die Regel schon Ja, der Indy hat's gemacht auf jeden Fall Das sind die sehr effektiv gegnern Was auf jeden Fall Mhm Das haben wir jetzt so zwei verschiedene Die Cs und die anderen Ich glaub das sind Alternativvariant Ja, das sind so weitere Nebenmissionen oder sowas halt, ne? Das sind alles Geheimeinsätze Das ist ein Geheimeinsatz Mark Prover ist tief hinter den feindlichen Linien auf einer Missionszone Naja, Ermordung des Anführungsdeterrisen Ich würd' sagen, ey, Alter Dann machen wir mal hier den Mac Pro-Wander Das hört sich gut an Da bin ich voll Pro dafür Geil Pro-tastisch Klopf, klopf Das ist der Geiler Weil du ein schlechter Bro bist Ich wär' ein schlechter Bro Was wär' da von mir? Da biss' ich Bleh Äh, ersticke ihn mit Kaugummi Oh shit Oh shit Oh shit Silvester Silvester Wuuuuh Das ist mir da ganz ey, da kommt einfach ne K drauf Lass mich raten Kriegen wir Skyver? Das wär's ja Haha, das wär's ja Aber bitte kein Leo Was wär's ja Boah Das ist ein Rufoss schreit leider. Rufoss! 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 Ich glaub das ist ne reine Gaiber Map wahrscheinlich. Ja. Wow. Fett undead. Tschüssi! Scheiße ey. Das ist ein bisschen knickig. Das ist ein bisschen knickig. Ich hab dir die Band freigemacht. Oh du hast mich schon begraben ne. Schönes Begräbnis. Kein Händchen rauskommt zum Spielen. Hier fang Knechtlein. Da hat er sich wohl. Wie kann man das machen? Erstmal nen coolen Spruch ausdenken Bro. Ne ich hab nen coolen Spruch. Aber ich weiß nicht wie ich posen kann. Ok. Da hat er sich wohl. Verschluckt. Ich würd sagen hier herrscht bomben Stimmung. Ist das ein Poster von ner nackten Terroristin da hinten? Ich glaube schon ja. Wahrscheinlich so letztlich dass sie in ne Tüte übers Gesicht gezogen haben ne. Warum guckt der durchs Fernglas im Haus? Ich weiß es halt echt nicht. Das ist wie mein Opper ey. Weiß mein Opper sitzt auch oben auf der Couch. Weil da kann ja nix mehr, kann doch was sehen. Und auch auf der Couch gelegen ne. Kommt so nach oben. Na hockt der da. Schaut Fernsehen und hat nen Fernglas im Namen ey. Alter. Warum? Warum? Ich weiß es nicht. Was ist das denn? Guck dir mal den Terrorist an. Den Tod mit Fernglas ey. Ich lebe noch da. Ich bin unten glaub ich. Irgendwo bin ich drauf gefallen. Ist da noch eins runter? Hä? Eigentlich müsste ich drauf gefallen sein. Okay. Hab ich mich einfach in Luft aufgelöst oder nicht? Jetzt bin ich bei dir drauf reingefallen. Ich habe rausgefunden. Du kannst wenn du nach oben springst und tust die Tasten nach oben gedrückt halten und drückst schießen. Dann kannst du den da mit dir an den Decken platzieren. Sweeter boy auf jeden Fall. Das ist bestimmt die Macht des Faugobies. Ach fick you alter. Was für ne miese Falle. Das ist doch so assi. Man ruft ja eigentlich schnell Bro Bro Bro. Das wird doch viel cooler ey. Das ist zu deep jetzt. Alter fick you. Komm rum die jetzt. Oh shit. Was zum. Oh kurva. Scheiße alter. Das ist so erbärmlich. Das ist aber auch echt net easy mit MacGyver. Warum schreibt der Terrorist Bro Force? Er hat einen Pferdessen an. Geil. Vielleicht hast du einen Pferden. Pick you alter ey. In dem Moment ballert der. Ja. Ich habe einfach einen Plan. Ich habe einfach einen Plan. Oh. Okay gut. Ich habe einfach einen Plan. Bro. Das ist so echt Bro like. Ach Komodo eyler. Immer dann. Scheiße. Vor allem wir sind da kurz vorm Ende. Oh. Das war schön gewesen. Ich hole dich. Ich bin MacGyver. Ohne den Booster zu zerstören. MacGyver. Yeah. Komm Bro. Nein Bro. Ja Bro. SCK Crate alter. Unlocked. Jawolli olli alter. Das ist doch der geilste. Und Leute. Mit so einem coolen Charakter. Und passt. Einer Stunde Spielschein. Spielschein. Will ich sagen. Bedanke ich mich jetzt mal soweit fürs zusehen. Wir waren unten in Verbotten. Für alle nötigen Links und Informationen. Und dann sehen wir uns auch irgendwann mal wieder online. Bis zum nächsten Mal. Tschödelü. Tschödelü.